Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Dienstag, den 4. August. Heute haben wir dabei Google, Microsoft, WhatsApp und Twitter. Beginnen tun wir mit Google. Die haben seit letztem Jahr die Domänen Endung.new am Start. Und dafür wollen sie halt Kunden gewinnen, die sich entsprechend halt URL einrichten und dann natürlich auch bezahlen. Ja, aber läuft wohl nicht so gut. Aber mittlerweile gibt es wohl an die 200.new Domains und dieser kleine Erfolg für einen Internetriesen wie Google, der wird nun mit neuen Beispielen auf deren Webseite dazu und die heißt whats.new gefeiert. Ja, da wird einfach vorgestellt, dass es halt auch Firmen gibt, die das toll finden und mitmachen, wie zum Beispiel Adobe. Die haben nämlich pdf.new und create.new oder auch WordPress, die haben blog.new und ja, meet.new ist Google selber mit Google Meet. Also wenn da Interesse dran besteht, schaut es euch mal an. Interesse an Übersetzungs-Apps besteht anscheinend auf jeden Fall. Denn unter anderem hat ja Google ein Übersetzungstool und auch Apple hat eins mit iOS 14 angekündigt. Ja, wer fehlt da noch im Reigen? Ganz klar Microsoft. Die haben zwar auch ein Übersetzungstool, den Microsoft Translator, schon länger, aber der bekommt jetzt ein dickes fettes Update mit einer wichtigen Funktion und zwar mit einer 1 zu 1 Übersetzung im Auto-Modus. Also man muss nicht mehr separat irgendwie beispielsweise das Mikro antippen, damit etwas aufgenommen wird und dann übersetzt wird, sondern man schmeißt das Teil einfach an und die App erkennt automatisch dann, was der jeweilige gesprochen hat und übersetzt das für einen. Also ist bestimmt hilfreich, wenn man reist, aber reisen können wir ja derzeit nicht so viel. Also nächstes Thema WhatsApp. Die bekommen mit Stand heute in diversen Ländern ein Update, was ganz interessant ist und zwar eine Websuche. Das klingt erstmal nach allgemein, vielleicht in der Web-App zu suchen, dachte ich erst, ist es aber nicht. Es geht wirklich um die App und da habt ihr die Möglichkeit, auch Nachrichten weiterzuleiten. Die waren früher nicht gekennzeichnet. Mittlerweile sind die ja mit zwei Pfeilen gekennzeichnet, damit man erkennt, das hat nicht die Person geschrieben, sondern das ist eine weitergeleitete Nachricht. Und neben diese beiden Pfeile wird sich jetzt eine Lupe gesellen und wenn ihr da draufklickt, dann geht eine Websuche auf und die Nachricht, die da weitergeleitet wurde, wird einfach im Web gesucht. Warum? Ja, ganz einfach. Damit man vielleicht sieht, dass das eine x-fach weitergeleitete Nachricht ist und vielleicht auch schneller Fake News und irgendwelche anderen Sachen erkennt. Ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Hängt natürlich wieder an den Nutzern, damit die diese auch nutzen. Nächstes Thema, Twitter. Ein paar Nutzer bei Twitter oder einige, viele vielleicht sogar, bekommen aktuell eine Fehlermeldung, dass sie zu viel getweetet haben, also das Rate Limit überschritten wurde. Und dann kann man entsprechend nicht mehr tweeten oder retweeten. Und viele fragen sich warum, weil sie eigentlich nicht so viel getwittert haben. Und was ist? Das Ganze ist wohl ein Bug bei Twitter selber, das hat Twitter jetzt selber bekannt gemacht, hat einen entsprechenden Tweet rausgesetzt. Und ja, das Übliche, sie arbeiten daran. Also wenn ihr den Fehler habt, dann, ja, ist blöd für euch, aber dann habt ihr nichts falsch gemacht und Twitter arbeitet daran. Twitter selber hat aber was falsch gemacht, nämlich was anderes. Das ist die nächste Nachricht. Twitter hat für seine Anzeigen, also die Anzeigen, die man auf Twitter schaltet, für das Aussteuern, wohl Daten verwendet, die sie nicht hätten verwenden dürfen. Und ganz konkret geht es da um Telefonnummern und E-Mail-Adressen, die Nutzer, also wir, ich auch, angegeben haben für Notfälle. Sprich, wenn man sich aus einem Account ausloggt und für eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Diese Daten wurden wohl verwendet für das Anzeigenprodukt von Twitter und das zwischen 2013 und 2019. Und die amerikanische FTC hat sich das jetzt mal angeguckt und es sieht wohl so aus, dass das dann eine Bestrafung, eine Geldstrafe in Höhe von 150 bis 250 Millionen US-Dollar geben wird. Warten wir mal auf, ob das wirklich so ist. Ja, ansonsten werden die das auch noch verschmerzen können, auch wenn es Twitter nicht so gut geht wie den anderen Kollegen wie Facebook und Co. Naja, das war es dann auch schon für heute. Es war eher wieder ein ruhiger News-Morgen. Von daher, kommt entspannt in den Dienstag, bleibt positiv und vielleicht haben wir morgen ein paar mehr News. Bis dann, ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.